Saratasana ist die Stellung der Eidechse des Chamäleons. Garota zitiert in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asana einen Text, den er abkürzt mit KKH. Das ist Kapala Kurantaka Hathabhyasa Padati oder abgekürzt einfach Hathabhyasa Padati und sagt im 23. Vers wird Saratasana wie folgt beschrieben. Du legst dich auf den Bauch und gibst die Hände neben den Brustkorb, die Ellbogen nach oben. Dann hebst du den Kopf ganz leicht hoch, du schließt die Lippen und produzierst einen Laut wie eine Flöte. Das ist dann Saratasana, die Eidechsenstellung, die Chamäleonstellung oder vielleicht auch die Grillenstellung. Wie der Flötenklang genau sich anhören soll, ist mir leider unbekannt und selbst wenn jetzt Angelina einen Flötenklang machen würde, weil das Mikro bei mir ist, würdest du es nicht hören. Ja, das ist also ein Teil, ein Video aus dem großen Yoga-Vidya-Asana-Lexikon. 5.500 Videos zu allen bekannten und nicht ganz bekannten Asanas. Und wir sind gerade beim letzten Teil, wo wir einige Asanas beschreiben, die nicht ganz so bekannt sind, unter anderem Saratasana. 6.100 tulee einivIDE已經.